ich frage mich immer bei solchen videos was wird zuerst aussterben die menschheit die dummheit der menschheit oder solche challenges und ich glaube vorher wird die menschheit aussterben weil dann kann der kinder mehr so eine challenge machen ich verstehe sowas nicht ich verstehe sowas nicht dass das ist das leute auf so einen trichter kommen bestes beispiel war ja mal hier spülmaschinen tabs so lange im mund behalten wie man kann das dann da muss ich dann ganz ehrlich sagen ja gut vielleicht ist es dann doch natürliche selektion oder ich weiß es nicht das ist ein problem ihr kennt sich ja alle den ein oder anderen lifehack um vielleicht gewicht zu verlieren wie zum beispiel kauf statt dem essen kaugummis oder lass dich folieren nicht zelten konzern vor dass auch ich war das weil es neuen regelmäßiges challenges etc höher wie zum beispiel bitter salz trinken ungefähr zwei esslöffel auf 500 milliliter sehr gespannt das erste mal oder trocknet doch komplett der körper aus also meins ist es okay ich bin jetzt natürlich kein experte was irgendwas betrifft ja wenn ich sehe irgendwo sagte jemand ja statt statt vielleicht süßigkeiten zu essen oder so auch eine zigarette dann spüre ich im blut da ist irgendwas falsch von fact das war damals eine werbestrategie von mehreren firmen tatsächlich unter anderem auch lucky strike die damit geworben haben oder besser gesagt sie mit angst gemacht haben dass die menschen fett werden wenn sie nicht rauchen verkast muss ja gut es gab es ja auch damals wenn man nichts süßes ist oder vor allen dingen auch wenn man kein zucker ist hat man keine energie hat man keine energie und ist für dick hat keine energie für sport und sowas also das haben auch leute geglaubt das glauben glaube heute immer noch mehr als genug leute das ist sei das wurde so damals in der werbung gesagt also wird das schon stimmen genauso wie dass man in der nacht ich weiß gar nicht irgendwie zwanzig spinnen oder sowas verschluckt die leute die übrigens diese fake was war es damals fake nachricht verteilt haben die wollten einfach nur mal gucken wie schnell sich so ein fake fakt verbreitet und die haben sogar gesagt das war ein experiment es gibt immer noch leute die es einfach nicht glauben selbst wenn du den das video zeigst von den creatoren die sagen das war nur ein experiment die wollten einfach nur mal gucken wie schnell sich solche fake news in deutschland verbreiten das stimmt das stimmt die haben keine ahnung das stimmt so ich habe einen arzt gefragt sich bekanntlicherweise oftmals von selbst wir haben danach die schokozigaretten und auch zigaretten mit schokogeschmack rausgebracht aber davon abgesehen heutzutage ist man einfach schlauer okay heutzutage hat man wissen was man früher nicht gehabt hat wir sind ja keine 1900 0 1990 also 1900 0 also was bist du für 19 vor ein paar monaten bin ich auf ein video vom brust raus gekommen mit dem titel essen auf social media eine schwierige beziehung da geht es um den legendären girl dinner trend triggerwarnung es geht unter anderem um essstörungen angefangen hat der trend letztes jahr als olivia maher auf tik tok dieses tik tok gepostet hat ich bin so ein guter youtuber oder der trend zusammengefasst ist einfach nur yo du postest was du am abend zu essen gehabt hast und nennst es dann ganz wichtig da will ich mal echt wissen was bestimmte kontinente länder und ich nenne jetzt keinen namen was die so abends immer posten ich finde ich finde das total schön ne ich fange irgendwann mit dem trend an dass ich wenn ich meinen morgendlichen stuhl gegangen habe dass ich den posten werde ist einfach so das ist ja ne oder ich finde ich finde das auch immer schön das sieht man gerade in den restaurants im sommer dann siehst du die leute die die tik tok stars oder keine ahnung die kriegen essen auf dem tisch und die machen erst mal von allen ecken und kanten tausende fotos oder videos das werde ich jetzt gleich essen ach wirklich ich dachte du schmeißt das weg danke dass du mir die information gegeben hast tolles essen es gibt es gibt paar regionen paar länder paar kontinente so das sieht anders aus so was da wird vielleicht gepostet dass abends sägespäne oder sowas ich weiß ich nicht keine ahnung also essen ist heutzutage auch noch nicht mehr zum essen da essen ist heutzutage darum auf instagram followers zu generieren der offizielle merch store und die idee dahinter ist cool okay finde ich nice du nicht immer so es wird da jeden tag so fucking avocadosalat oder sowas essen ich fresse auch die nudeln aus dem kühlschrank rechts veräubigen um irgendwas zu kochen es ist es ist manchmal auch einfach so manchmal sind solche tage allerdings ist der trend so ein bisschen abgedriftet nachdem viele girls gepostet haben dass sie oftmals einfach wenig beziehungsweise straight up gar nichts essen weltberühmt ist ja zum beispiel das klassische berufsschul starter pack okay ein red bull und chick oder auch einfach ein glas mit eis würfeln ich weiß nicht ob das mehr so symbolisch gemeint ist oder ich weiß nicht machen das leute das machen leute aber auch nicht mehr weil das machen leute zum beispiel einer essstörung können dann davon effektet sein weil sie extra auf essen verzichten weil sich denkt naja alle anderen machen es ja auch das ist natürlich nur die ausnahme aber kann halt trotzdem passieren was wichtig ist zu erwähnen ist dass menschen immer unterschiedlich viel kalorienbedarf haben der eine ist zwei meter groß ja und hat einen knochenjob an bord der andere sitzt haus wiegt 30 kilo und spielten ganzen tag landwirtschaft simulata faktisch wenn man seine ziele erreichen will dann sollte man sich nicht mit anderen vergleichen sondern am besten mit sich selber und deswegen verwende ich die app jazio nach crossy road die beste app im ebstum mit der du nicht nur deine kalorien zählen kannst sondern auch einen ernährungsplaner stellen kannst der genau auf dich zugeschnitten ist das alles ist kostenlos und richtet sich genau nach deinen zielen wie zum beispiel abnehmen gesünder ernähren oder muskeln aufbauen wenn du deine specks also dazu will ich auch mal was sagen ich finde solche apps für die für die allgemeine hilfestellung ganz cool mein problem ist nur dass menschen sich immer mehr auf die technischen geräte auf apps und sowas verlassen immer mehr menschen machen alles wirklich alles nur noch mit apps wie man richtig atmet wie man richtig seinen stuhlgang bewertet wie man das und das macht man 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 fängt gar nicht mehr an selber mal darüber nachzudenken und vielleicht selber schritte einzuleiten um seine ernährung zu optimieren sondern man verlässt sich auf eine app die sagt das und das ist okay das solltest du nicht essen du hast deinen kalorienbedarf heute erreicht das heißt du isst bitte gar nichts mehr finde ich immer sehr schwierig also klar als kleine hilfestellung finde ich solche apps ganz cool aber hört bitte auf also ist und ich kenne da so ein paar leute die haben wirklich für jeden scheiß für jeden wirklich ist kein witz für jeden punkt 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 scheiß haben die eine app also die die leben nur noch von der technik wenn die technik irgendwann mal ausfallen sollte hätten die kein handy mehr die wüssten nicht mehr wie sie normal selbstständig atmen sollen wüssten die nimmer die wüssten auch nicht mehr ohne app xy wüssten die nicht mehr wasser heute essen sollen krank einfach nur krank eingegeben hast bekommst du eine übersicht darüber wie viel kalorien du noch benötigt wie viel wasser du noch trinken solltest und du kannst dir notizen machen ich war überrascht wo ich die app ausprobiert habe weil normalerweise ist immer das problem okay bei solchen apps ja du hast nicht so viele lebensmittel du kannst dir nicht alles eingeben und so bist halt ungenau bruder die haben einfach alle holy sorten und der beste app von produkten scannen oder ganz neue lebensmittel eigens hinzufügen und die allerbeste funktion du kannst dir eigene mahlzeiten erstellen die du zum beispiel öfter ist wenn du sagst jeden morgen brauche ich mein kneckebrot mit nutella und ketchup bist du fucking weird aber kannst es so einspeichern wenn du bock hast spaß dir jeden morgen ein bisschen zeit es gibt auch eine pro version von jazio mit der du zum beispiel einen fitness tracker verbinden kannst und noch mal viel detailliertere auswertungen bekommst außerdem bekommst du zugriff auf über 2500 gesunde rezepte kannst deinen fortschritt exakt ablesen und hast keine werbung mehr checkt gerne mal ab und falls ihr auf die pro version upgraden wollt bekommt ihr über meinen link in der beschreibung 50 prozent rabatt das beläuft sich dann auf 2 euro also wie schon gesagt als hilfestellung finde ich solche apps nicht schlecht vor allem wenn man mal wirklich wissen will ungefähr was so der kalorien bedarf ist und was man ein kalorien zu sich nimmt bei mir wären es irgendwie zwischen 2000 und unendlich primzahl ne so viel esse ich gar nicht gut manchmal habe ich so tage da esse ich halt ja da könnten sich halt so drei familien von ernähren aber das sind nur manche tage also das ist halt nur montag dienstag mittwoch donnerstag freitag und nur sonntag sonst esse ich eigentlich relativ human sonst bin ich wirklich bei meinen kalorien haushalt ne wie gesagt ich finde solche apps ganz klasse aber bitte hört auf euch komplett nur noch auf apps zu verlassen ich kann das nicht mehr sehen du siehst draußen ich finde auch die fitness und finde ich total geil ich habe zu hause selbst eine smartwatch hier liegen ich finde das zwar ganz cool dass man sich so ein paar statistiken anguckt aber die leute oh ok oh ja jetzt bin ich zu viel gelaufen das heißt ich mache jetzt erstmal die ruhephase auf meiner smartwatch an oder die smartwatch sagt ihr das sogar dann werde ich jetzt erstmal die halbe stunde nicht mehr laufen alles klar ich chill jetzt die halbe stunde so man sollte eher wieder anfangen äh so selber seinen körper kennenzulernen ne und damit meine ich jetzt nicht dass ihr euch nackig äh zu hause hinstellen sollt und äh alles begutachten sollt das meine ich jetzt damit ne aber man sollte vielleicht selber mal auf seinen körper hören so den körper einfach mal kennenlernen was der körper haben möchte ihr wisst es am besten ne eine app kann eine hilfestellung sein aber bitte verlasst euch nicht hundertprozentig auf solche technischen gerede da krieg ich so ein hals ich finde das ist alles aber das ist nicht sehr fair es ist dass die alle menschen auf der welt das privileg haben die medikamente zuzugreifen zu können die sie benötigen es geht um osempic ok ja ich sehe klar ganz kurz zusammengefasst osempic ist ein medikament das bei typ 2 diabetes verschrieben wird und einer von nebeneffekten ist eben auch gewichtsverlust genauer gesagt wird nicht nur ein hungergefühl unterdrückt sondern auch deine verdauung arbeitet langsamer was zum einen die folge hat dass du weniger bock auf die laser luka plastik pizza und zum anderen kannst du auch einfach weniger essen in kurzer zeit zu dir nehmen bekannte promis die osempic off label also quasi nur für diesen gewichtsverlust prozess verwendet haben hört man hin und wieder mal ja hier kann man ja auch nie natürlich machen vielleicht weiß man es nicht zu 100 prozent auch nicht jeder ist sich damit wirklich im reinen das zuzugeben unter anderem eine person von der man es weiß ist rosie o'donnell dann würde ich noch sagen dass wir noch ein magen bei uns reinpflanzen lassen die eine oder andere person ist zumindest unabsichtlich schon mal auf so einen spritz halt drauf gestiegen aber einer der mit seiner osempic usage sehr offen umgeht und das wisst ihr wahrscheinlich auch ist elem musk auf twitter bzw auf ex als er gefragt wurde was zu den größten effekt auf seinen gewichtsverlust hatte schrub er fasten plus osempic slash wago wie und kein leckeres essen in meiner nähe was ist wago wie denkt man sich vielleicht naja wago wie ist der versuch eine neue form von osempic herzustellen die exklusiv nur für den gewichtsverlust da ist also ohne den ganzen diabetes scheiß den eh kein mensch braucht nachdem wago wie jetzt auf den markt gekommen ist gab es so einen fetten andrag an leuten die zu ihrem arzt gerannt sind hat die mask sogar mal führen für ein antidepressiver geworben was was in amerika allgemein also es gibt es ja nix hieß es nix keine ahnung was in amerika extrem verbreitet ist und das gibt es ja sogar als nasenspray also weiß ich nicht muss jeder selber wissen es gibt es ja es gibt es ja selber auch menschen die nehmen antidepressiver zum zum abnehmen müsst ihr euch mal reinziehen die lassen sich antidepressiver und das machen dann ärzte auch noch mit ne es gibt es menschen die nehmen antidepressiver die eigentlich die psyche unterstützen sollen die haben aber halt auch öfters mal ich nenne jetzt auch hier keine medikamente die haben auch öfters mal die nebenwirkung dass der hunger bisschen wegfällt manche haben sogar das problem dass sie gar keinen hunger mehr haben viele haben das problem dass der hunger auch kaum noch zurückkommt das ist auch sehr gefährlich aber ihr wisst ja was ich meine und da gibt es wirklich die sind kerngesund die 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 wissen gar nicht was so ein ssri hemmer mit dem kopf macht und die die nehmen die die nehmen antidepressiver um abzunehmen wo ich immer so denke ey lest euch das mal bitte durch ihr habt eine kerngesunde psyche und ich weiß nicht ob man unbedingt antidepressiver nehmen sollte wenn man eine kerngesunde psyche hat weil damit könnt ihr eure psyche komplett in eimer hauen ich brauche das schauen sie mich an ich bin ablade ich muss unbedingt wo wir nehmen und den diabetes patienten die medizin wegnehmen das ist nämlich das was passiert ist die diabetes patienten die das dann wirklich gebraucht hätten die sind dann leeres gegangen aber scheiß auf die ja ich bin schlank sein oder wie Angela anaconda ich habe das was danach passiert ist haben viele menschen gar nichts mitbekommen weil aufgrund von dieser shortage aufgrund von dem fakt dass wir keinen zum beispiel kein weg auf markt haben haben sie einfach gefälschte spritzen verbreitet gefälschte spritzen verkauft ist auch nicht ganz knorke während wir hier recherchieren wird gefälschte zempick zum ersten mal bei einem deutschen arzneimittel händler gefunden also nicht auf telegram oder so sondern im offiziellen handel besuch in einer großen hamburger apotheke die besitzerin ist alarmiert man sieht auch schon direkt nach der bfa meldung der merkzettel für jeden aufgrund der fälschung dass wir noch mal reinschauen in die packung ob sich auch wirklich korrekte ware drin befindet auf den ersten blick sahen die packung wohl relativ normal aus allerdings bei öffnen hat dann allerdings nichts mit dem eigentlichen pen zu tun jetzt als apotheker sieht man natürlich das sieht mir eher nach einem insulin aus irgendwas scheint hier schief zu laufen kann ich nicht einfach irgendwas nehmen ohne dass ich sterbe na ja als nächsten schritt habe ich mir gedacht ich schau mir einfach mal die fitness ich bin das einfach nur krank über was wir hier gerade so einfach diskutieren also was was sich manche menschen wirklich antun um um so ein ideal zu verfolgen was was für die masse noch nicht mal ein ideal ist also bestes beispiel ist germany's next top model das müsste in meinen augen komplett verboten werden weil dadurch sehr 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 viele frauen in die markersucht rutschen und weil die frauen sehen das dann als ideal bild und genauso muss eine frau aussehen und das trifft halt sehr oft was heißt sehr oft das trifft zu 90 prozent nicht zu es gibt es vielleicht so ein paar männer die sagen ja eine frau muss gar nichts drauf haben aber das sind vielleicht von einer million vielleicht die ganze abzählen an der hand ich kenne nicht ein und das ist jetzt kein witz ist es kein fraktor einfach mal in eurem freundeskreis ich kenne nicht ein der sagt die frauen bei germany's next top model das ist meine ideale frau so sollte meine frau aussehen jeder normale klar denkende mensch sagt sei so wie du bist es so wie du möchtest ernähr dich bitte so dass es dir gut geht dass du dich wohl fühlst und wenn du ein bisschen mehr wiegst mein gott scheiß egal ich bin auch ein ja wohl geformter mann so mein gott wenn es passt dann tschüss da drüben ist die tür so die ganzen bleibt bitte alle so wie ihr seid auch so seid ihr einzigartig sagst du euch die towel apps challenge was oder noch nie was gehört davon in meinem leben ist so bisschen wie damals im teleshopping hat das heißt oder wo du so die 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 bauchgürtel dir anlegst und dann vibriert das ding so oder strahlt wärme oder keine ahnung radioaktivität habe ich nie für meinen bauch benutzen ist auf der couch sitzt und chips frisst wird sicher funktionieren die menschen werden immer fauler es fehlt nur noch da es fehlt wirklich jetzt nur dass irgendwie alexa mir ich habe noch keine ich bin gerade echt überlegen ob ich meine alexa hol ob die dass sie irgendwie das hinbekommt dass das dann hier mein energy steht dass ich gar nicht mehr aufstehen muss und irgendwie keine ahnung dass jeder mensch das recht hat auf dem katheter und den dann abends ausleert ist es ist das krank wenn das klappt dann heulich ich kann sogar zehn stunden lang liegen er klingt bisschen schöner als es wahrscheinlich eigentlich ist so ich habe mich mit vielen leuten unterhalten und scheiß habe ich gemacht ich habe ich habe videos im internet gesehen wahrscheinlich ist oder einzige effekte du hast dass du so die füße so zusammen tust dass es quasi so ein bisschen die muskeln dehnt aber fucking six packer kommt ist ja nicht besser so waschen kannst du den anderen okay aber auch viele leute in der fitnessszene haben so ihre eigenen life hacks würde ich fast schon sagen ja einen challenges entwickeln wie zum beispiel 2021 hat eine challenge gegeben die viel aufmerksamkeit bekommen hat und zwar die dry scoop challenge das ist auch das gefährlichste was wir heute überhaupt besprechen wenn also die prämisse ist die okay du gehst zum workout aber bevor du dir den workout booster oder sowas im wasser auflöst oder so haust du dir den booster straight in dem wort sehr gesund sehr 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 gesund der bruder hat's nicht mal geschafft erinnert so ein bisschen an die cinnamon challenge von damals nur in diesem fall ist das ein bisschen anders der größte gefahren schub davon ist sehr gut für für seinen herzmuskel vor allen dingen wenn man dann noch dann danach bodybuilding macht dann mit gewichten komplett übertreibt dass der herzmuskel noch mehr drunter leidet und dass man eine schöne herzmuskel entzündung bekommt und nicht nur herzmuskeln also so was schädigt extrem die nieren leber also wem sage ich das ihr wisst das ja also das war das war glaube ich noch sogar in meiner zeit wo ich selber ein fitnessstudio war und haben das auch sehr viele gemacht ne es ist wesentlich also es ist einfach also man 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 denkt immer so das ist irgendwie eine parallelwelt man möchte gar nicht dass es dass es echt ist aber es ist realität sowas gibt es halt ne und es gibt wirklich menschen die das praktizieren und wundern sich dass sie mit 30 dann umkippen erstickt sondern die hohe dosis an koffein auf einmal wenn du das nämlich ohne wasser direkt schluckst geht das viel viel schneller ins blut und das kann auf einmal und mit sehr hoch dosierten mengen auch sehr sehr kritisch werden wie zum beispiel bei britney portio die mit 20 jahren einen herzinfarkt bekommen hat sie hat überlebt aber leibern ist trotzdem nicht in den usa scheint das generell ein problem zu sein mit irgendwelchen herstellen die einfach substanzen in ihren mitteln verwenden die eigentlich nicht für den konsum vorgesehen bzw zugelassen sind aber sie reden sich einfach damit raus dass sie auf die verpackung schreiben nicht für den konsum geeignet in addition to high levels of caffeine one workout supplement contains potentially dangerous chemical stimulants this employee at a nutrition zone store in new jersey was selling dark energy even though it was recently banned by the fda because it contained an illegal stimulant often compared to methamphetamine over this summer we went undercover to see if it was still on the shelves the employee cautioned us about dark energy pointing out the warning label research product not for human consumption yeah so they did that on purpose to get away with legality issues he was still happy to sell it and he even pushed another product containing the same dangerous stimulant its name crack okay sollte man jetzt also irgendwelchen challenges im internet folgen ohne sich über die konsequenzen davor informiert zu haben nein gesundheit sollte immer an erster stelle stehen nein an der stelle noch mal der reminder bei jazio vorbeizuschauen falls ihr eine gute app für fitness und oder ernährung sucht meine freunde lasst mir auch gerne leider lasst mir auch gerne aber da meine freunde ich bedanke mich fürs zuschauen damit bis zum nächsten mal tja wisst ihr ich stelle euch jetzt einfach mal die frage was denkt ihr was zuerst aussterben wird die dummheit der menschen die menschen oder solche trends das würde ich einfach mal von euch wissen wollen was denkt ihr was als erstes aussterben wird denkt ihr irgendwann dann kommen wir vielleicht evolutionsbedingt auf dem niveau dass wir vielleicht selber nachdenken könnten und sagen vielleicht ist so eine challenge nicht so ganz optimal weil die risiken sind ein bisschen zu gefährlich oder denkt ihr eher vorher wird die menschheit nicht mehr geben das würde mich einfach mal interessieren ich was soll man dazu sagen also es ist einfach nur krank gerade so auf tiktok was was ich da schon für challenges gesehen habe und das sehen einfach auch kleine kinder und die denken das wäre cool die kleinen kinder denken oh damit kann ich vielleicht ein paar neue follower generieren und die machen das danach ohne über über die gesundheitlichen gefahren nachzudenken weil man denkt in dem moment vielleicht ein bisschen anders als kleines kind man denkt vielleicht sehr gut naja gut die erwachsenen heutzutage wenn ich mir das alles angucke die denken ja auch nicht mehr weiter als zwei meter nach ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht macht bitte nicht so ein scheiß ich hoffe ihr seid ein bisschen normaler einfach nur noch traurig ich hoffe euch hat es gefallen und unbedingt das original wie du von kaiser an lasst liebe da lasst kommentare da lasst und schauen wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut rein und tschüss